Wenn im Film Winnetou i Oldsathe Hans den Kopf seines sterbenden Blutsbruders im Schoß hielt und zu Geigenklängen die gemeinsamen Erlebnisse eingeblendet wurden, flossen literweise Tränen. Auch meine. Denn Winnetou war der Held meiner Kindheit. Und Biere Brise sein Gesicht. Im Jahr 1962 stand Biere Brise in Der Schatz im Silversee zum ersten Mal als Winnetou vor der Kamera. Der Film basierte auf einem der Werke des deutschen Schriftstellers Karl Mauer, die ab 1897 erschienen waren und von den Abenteuern der Blutsbrüder Winnetou und Oldsathe Hans im US-amerikanischen Westen des 19. Jahrhunderts erzählten. Die Geschichten um den deutschen Westmann und den edlen apachen Häuptling hatten schon Generationen junger Deutscher begeistert. Die Verfilmung des Schatz im Silversee mit der grandiosen Filmmusik von Martin Böttcher läutete in den 60er Jahren eine Karl-Mauer-Filmwelle ein, die Biere Brise europaweit bekannt machte. Dass Winnetou die Rolle seines Lebens werden würde, konnte er damals noch nicht ahnen. Von Karl Mauer hatte Brise bis dahin nie gehört und erst wollte er auch lieber die Rolle des Oldsathe Hans übernehmen. Seine damalige Freundin und seine Agentin überzeugten ihn, den Winnetou zu spielen. Gedreht wurden nicht an Original-Schauplätzen in den USA, dafür reichte das Geld nicht, sondern in den malerischen Landschaften Jugoslawiens, zwischen weißen Kalkfilzen, grünen Wiesen und wilden Wasserfällen. Von den Amerikanern Lex Barker, in der Rolle des Oldsathe Hans, und Stuart Graner, als Oldsathe Hans, abgesehen, kamen die meisten Schauspieler aus Europa, auch viele deutsche Schauspieler wie Ishi Glas und Mario Adolf waren dabei. Die zahlreichen Indianer wurden von Statisten aus den umliegenden Orten verkörpert. Geboren wurde Winnetou-Darsteller Pire Brise am 6. Februar 1929 unter dem Namen Pire-Louise de Brise in Brust in der französischen Bretagne. Sein Vater, ein Marineoffizier, kämpfte während des Zweiten Weltkrieges als Mitglied der Sistanze gegen die deutschen Besatzer und auch Pire übernahm als jugendlicher Botengänger für die Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Nach Kriegsende ging er, der Familientradition folgend, auf die Marineakademie und wurde in Algerien zum Kampftaucher und Fallschirmsbringer ausgebildet. Bis 1951 kämpfte er im Indochina-Krieg in Vietnam und erhielt mehrere Tapferkeitsmedaillen. Nebenbei organisierte er für die Soldaten eine Frontbühne. Nach dem Krieg kehrte er der Marine den Rücken und machte in Paris eine Schauspielausbildung. In den 50er Jahren trat der gut aussehende Jung-Schauspieler in anspruchsvollen Theaterrollen von Tschechi und Tolstoi auf, jobbte als Tänzer und Model und sogar als Schreibmaschinenvertreter. Der große Erfolg kam erst mit der Rolle des Veneto. Die Geschichten rund um den edlen und mutigen Indianer-Häuptling Veneto hatte Karl Malfrey erfunden. Als er sie schrieb, war der selbst nannte Reiseschriftsteller zeitweise im Gefängnis, die USA hatte er noch nie mit eigenen Augen gesehen. Die Romane boten ein wenig differenziertes und verzerrtes Bild des Wilden Westens. Das wusste ich als Kind nicht, aber es hätte mich auch nicht gestört, ich verschlang die Bücher begeistert. Denn in einer komplizierten modernen Welt zwischen den vielen Geh- und Verboten der Erwachsenen boten sie vor allem eins, Orientierung, was gut und was böse ist. Der edle Indianer-Häuptling war mein Held, weil er den Guten half und die Bösen strafte. Bire Brise drückte es in einem Interview 2012 ähnlich aus, mir hat gefallen, dass Karl Malfrey versucht hat, Werte zu vermitteln. Veneto hat für Friede, Freiheit, Respekt und Menschenrechte gekämpft, wie ich auch. Deshalb mimte ich am liebsten Veneto, wenn wir nachmittags nach der Schule in den Feldern Cowboy und Indianer spielten. Mit seiner Figur konnten sich Jungen wie Mädchen identifizieren. Wenn im deutschen Fernsehen die Filme wiederholt wurden, und das wurden sie oft, bettelte ich darum, sie mit meiner besten Freundin, sie spielte allzarte Hand, sehen zu dürfen, meine Eltern hielten einige der Filme für zu brutal. Sie wussten ja nicht, wie oft, und wie brutal, wir uns im Spiel draußen schon erstochen, erschlagen und erschossen hatten. Wichtig war nur, die Guten mussten am Ende siegen. An der Wand meines Kinderzimmers hing ein Bire Brise Starschnitt aus der Jugendzeitschrift Bravo, die den androgyen schönen Franzosen ihn immer wieder auf die Titelseite nahm, ein perfektes Objekt pubertärer Schwärmerei. Mit keiner anderen Rolle hatte Bire Brise je weder ähnlichen Erfolg wie mit der des Veneto. Die Rolle des Indianer-Höpflings holte ihn aber immer wieder ein. In einer deutschen Fernsehserie in den 80er Jahren spielte er Veneto, genauso wie bei den Karl-Mau-Festspielen auf den Freilichtbühnen in Elspau und Bad Segeberg, wo er auch Regie führte, als er die Rolle aus alter Gründen nicht mehr selbst übernehmen konnte. Leider konnte ich als Kind nie meinen Traum erfüllen und ihn live erleben. Aber meine Sehnsucht lebte fort und zum 40. Geburtstag lud mich mein Mann zu den Karl-Mau-Festspielen ein. Zu spät, Pire Brise war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr dabei. Am Ende seines Lebens haderte er auch nicht mit der Fixierung auf die Rolle, wie er in einem Interview mit dem Tagesspiegel 2012 erzählte, jeder Schauspieler wünscht sich, Erfolg zu haben, und mit Veneto hatte ich enormen Erfolg. Veneto hat mir einiges ermöglicht. Den Pire Brise Hilfskonfeu 1995 zum Beispiel. Nur weil die Menschen Veneto vertrauten, konnte ich 2 Millionen Mark Spenden sammeln, um Menschen, besonders Kindern, im Kriegsgebiet in Ex-Jugoslawien zu helfen. Am Samstag, den 6. Juni 2015 ist Pire Brise, der mit einer Deutschen verheiratet war, in einem Krankenhaus in Paris gestorben. In einem Interview erzählte er einmal, dass seine Lieblingszene aus den Veneto-Filmen die Sterbestzene gewesen sei, sie lässt ein erfülltes Leben Revue passieren. Wie Veneto wird auch sein Darsteller Pire Brise in den Herzen vieler Menschen weiterleben. Auch in meinem, in dem Teil, der Kind geblieben ist.